Wenn ein Dorfkind den Nachbarn nicht grüßt. Hallo, Schorsch! Äh, wer ist denn das? Na, wie geht's mit dir? Alter, kein Plan meint bestimmt jemand anderes. Hat der Bursche mich jetzt ernsthaft nicht gegrüßt? Die Jugend wird halt auch immer unfreundlicher. Ja, hallo, Beate. Du, Elke, wollte nur sagen, dass ich gerade einen Sohnemann gesehen habe und der hat mich nicht gegrüßt. Ernsthaft, das geht doch mal gar nicht. Ja, richtig. Okay, regel ich. Schorsch, so geht's nicht. Du kannst halt einfach Beate nicht grüßen. Aber... Nix, Hausarrest.